Hallo und ein herzliches Willkommen zurück liebe Freunde zu einem weiteren Part von Amos Quest und wir machen gleich weiter und los geht's. Wir waren bei der Zauberin und sie sagte gerade, unser Opa hat eine besondere Krankheit, aber erstmal interessiert uns natürlich wie es Opi geht. Oh ha Sie sind, wie sagen Sie, beschädigte? Beschädigte? Ja, das habe ich gesagt. Kinder, nicht dein Vater nicht sagen, dass du nicht zu verabschieden Menschen all das ganze Zeit? Oh, ich bin... ich bin sorry. Also, wie ich sagte, es gibt drei sacrede Objekte, die ich für die Begründung habe. Okay, so... The first is an orb of great power, the Amber Orb. Merely possessing it grants the user exponential magical power, enough even to break the curse. It can be found in the woods beyond the mill, in the depths of a lake protected by the Weissefrauen, ghastly spirits that haunt the waters, tricksters of the very worst... Oh, yeah. Whatever you do, child, do not enter those waters. Oh, my. So, how shall I get the orb, then? You will find a way, I'm sure. If you want to save... Yes. And the second... An enchanted rose from the tops of glass mountain. This is the heart of the cure, the soul of the spell's essence. At its peak is housed a nasty outcast of this world. A bitter twisted old fool that has embraced his seclusion. Ask for the rose and the rose alone. He guards many protected objects, but that he might part with. Oh, I see. Oh. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He... Wow, a dragon! And the final... Fortunately, this is quite a great deal easier. In fact, I do believe you have it already. Really? Let me see. Um... Don't be dull. The spellbook child from Winfrieda's Tower. So an scheiß. Uh... Oh... What? What is it? You do have it, don't you? Well, I did, but... But... An old lady took it from me. Just outside. One of the most powerful spellbooks in all the land. And you gave it away. Well... Not like that. I mean... She was nice about it. And seemed like a nice little old... Never mind. You must find it regardless. It contains the chance for the spell and is absolutely vital. Alright. I will. I'm sorry. Don't apologize child. Just get... I'm sorry. I think I forgot your name. I never said it. The objects are not finding them. Oh, yet. So nice all. Was gibt's denn hier noch? Uh-huh. Uh... No, I'll pass... Hmm... It seems I can't reach... That sheet looks pretty old. I... No, that... It's quite an old and intricate... Ah, look at that! A cute little dragon on top. Mhm. Mhm. Hmm... I really do love these. They're just... Maybe I should try something else. I really do love these. Okay. Ähm... Dann würde ich sagen... Ja, jetzt ist halt die Frage. Gehen wir jetzt erst zur Kirche? Oder zur Mühle? Auf der anderen Seite haben wir an der Mühle ja noch mit den Bremer Stadtmusikanten was anderes zu tun. Da kriegen wir dann vielleicht mehr, was uns vielleicht helfen würde. Mhm. Die Kirche ist aber gerade halt hier. Nein, wir gehen zur Mühle. Würde ich auf jeden Fall sagen. Los geht's! Okay. Was können wir hier tun? Da geht's in den Wald. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Mhm. Es ist ja gut, ich will hier hin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollten, wenn ich ehrlich bin. Aber wir tun's trotzdem. Weil wir dumm sind. Was? Bobby, ist irgendwer? Was? Ich bin mir nicht leicht. Was? Dann ab durch die Luke, würde ich sagen. Hm. Nein, das bringt uns ja nicht so viel. Dann gehen wir mal in den Wald und schauen da, was so abgeht. Ansonsten brauchen wir ja irgendwie einen Schlüssel oder so, ne? Okay, das hilft uns auch nicht sehr viel weiter. Wir hätten nur eine Nadel. Ein Babydrache! Gib mir mal die Nadel. Oh, das... Vielleicht können wir das damit irgendwie aufschließen. Das wäre cool. Schade. Was ist... Na, egal. Ähm, ja, ansonsten das Amulett und Sonstiges bringt uns nicht sehr viel. Haben wir! Funktioniert nicht. Okay, egal. Dann gehen wir eben nochmal wieder zurück und gehen erstmal in die Kirche. Wenn uns das so erstmal nicht weiterhilft, dann ist das nur mal so. Kirche bitte. Oh, ist der süß. Was können wir denn hier alles tun? Oh. Oh, es sieht gut aus, wo es ist. Es ist ein paar Menschen, die sich ein bisschen... ...kraschend. Sie sind alle... ...vide... ... 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 Ja, vielleicht kämpft der Drache gegen das Ding da oder so? Wir werden es schon irgendwie herausfinden. Gar nicht, klingt doch toll. Na, ist ja gut, dann eben nicht. Trotzdem würde mich interessieren, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, die wir benutzen sollten. Aber das kriegen wir schon irgendwie raus. Das probiere ich jetzt nicht aus. Das würde, glaube ich, den Rahmen entsprengen. Hm. Das kann doch auch da bleiben, Mann. Gut, gut, gut. Und dann noch die Kerze. Was ist das hier? Eine Tür? Oh. Hallo. Hört sich gut an. Reden wir erstmal mit dem Priester, dann gehen wir durch die Tür und dann gehen wir wieder raus. Und ein Freude zu treffen, dich auch, Junge. Ihre Kirche ist sehr schön, Theodor. Ja, das ist es. Aber ich bin alle die Leute, die kommen, für die Reden der Proteste. Oh, die Dragon. Ich habe gesagt, dass ein Dragon... Ah, ja, dass sie könnte. Aber es ist nun alles... Anyone, die sie als sie satt auf der Belltühe... Some sagen, dass die Wunderschöne der Dragon verloren ist. Others sagen, dass... Ich bin hier einfach hier, um... was sie stand für und reprä... Sie sagen, die Dragon... Sehr genau so. Her sehr Presse droht... Her scales war der Reden Fier, um den Weg zu zeigen, und in turn... Aber... mein Grandpa hat mir gesagt, dass es nichts zu tun ist. Eine Zeit, ich hatte Angst. Aber dann, Grandpa hat erinnert, weil es nur eine tree-branche auf meine Wunderschöne war. Ja, das stimmt. Unfortunately, der Lord of Dark revels in such tricks. Der... L... Lord of Dark? Oh, ja. Mephistopheles. Er ist bekannt für seine viele Namen und viele Geyser. Aber keine Angst, für die Reden der Reden, wir alle sicher sind. Ich finde das sehr gut, dass das ziemlich viele Sagen und Mythen etc. beinhaltet. Das ist echt ganz cool. So. Erstmal das. Oh, ja. They really are. They commemorate the Red Dragon's work. Oh, wow. I would never have imagined... Did you say the dragon would fly... I... Yes, it's right through the... Alas, for many generations... For years I've looked for a means to open it. This place was built entirely for the love of the Red Dragon. Oh Gott. Okay. Dann hören wir uns das auch noch alles an. Nein, aber es ist... Ich finde in diesen... Spielen ist es wichtig, auch die Story dahinter sich anzugucken. Ansonsten können wir etwas so durchrasen. Das bringt uns nichts. Genau. Nehmen wir das lebhafte Gemälde. Hm. Hört sich nicht so schön an. Ah, yes. The second painting. This was a momentous time, when the first witches of Wunderhorn rose to power. By their demonstrations of benign sorcery, they contained evil and brought peace and order. Hm. So it's just a moment good done. Who is the man in the... Philip Forked, a direct descendant of the great witches and a crucial part of Wunderhorns history. It was Philip who created the most powerful of spells. He summoned a dragon to banish the dark. It is said he built a shrine deep within a glade in Wunderhorn's woods in order to cast it there. This spell was of such power, it cost him his own life. Oh, wow. A shrine deep in Wunderhorn's woods, huh? Wait a second. I know where I've seen him before. I have a picture of him. Ganz genau. I know. Haha. It looks just like him, don't you think? By the stars. I think you're right, young one. Where did you find this? Uh... It's a long story. But I found it in the witch's house. Hmm. How curious. And the girl here... It must be... It's Philip's daughter, Queen Yannicka. This girl is the queen? We don't really know much about kings and queens out on... Indeed, it is her. As a child, of course. Sadly though, about a year ago, she just vanished. No one knows how or why. Yet another somber, unsolved mystery, I'm afraid. Uh, entweder is sie in der Mühle. Oder ich gehe davon aus. Vielleicht ist Benja gar kein Junge. Vielleicht ist Benja ein Mädchen. Das verwirrt mich alles noch ein bisschen sehr. Aber das wird sich bestimmt alles irgendwann mal aufklären. Hm? Can you tell me about the sad-looking... Yes, a sad painting indeed. A woman banishing a child for an unforgivable sin? The woman was said to be a great witch of Wonderhorn. And the girl? Her very own daughter. Little is known of it. But the painting is said to have been made by a mute child who witnessed the tragic scene. Jeez. This is too sad. Let's talk about something else. Okay, so wie sonst habe ich das jetzt gerade nicht mitgekriegt. Genau, wir sollten jetzt, glaube ich, mal los. Kümmern wir uns mal um die Tür. Na und Nadeln nimmt man nicht nur dafür. Das bleibt hier, das beschützt mich. Das meinte ich sogar nicht. Hm. Hm. Es scheint, diese Tür ist ein bisschen mehr... Schade. Gut, dann... hätten wir hier drin alles und gehen wieder raus. Das heißt, wir brauchen eine Türklinke. Und... ja. Und schon sind wir wieder an dem Punkt, was mich echt fertig macht. Gehen wir erstmal in den Laden. einen Tag, der ist ein bisschen Quietschen verraten, und zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017